Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich gerade in Kurdistan. Das erkennt man an den Bergen im Hintergrund. Gerade ist es mein erster Tag hier. Ich bin bei meiner Familie, weißt du, was ich meine, im Garten. Ihr müsst wissen, ich habe meinen Cousin seit langem nicht mehr gesehen. Weißt du, was ich meine, ein sehr guter Junge. That's my cousin, my best friend. Dieser also my best friend and cousins. Kaka Rewin. Gechillt, brah, gechillt. Und wir tun gerade spazieren. Wir genießen den Sonnenuntergang. Ich bin erst vor kurzem angekommen. Vor genau sechs Jahren habe ich mal ein ähnliches Video gemacht. Da bin ich auf den Bergen gelaufen in Kurdistan, in meinem Dorf. Gerade befinde ich mich in Kurdistan, im Dorf. In diesen sechs Jahren bin ich immer mehr zum Mann geworden, weißt du, was ich meine? Und ich habe mich entwickelt. Hier auf den Bergen in Kurdistan gibt es auch sehr schöne Tiere. So wie Pferde, weißt du, was ich meine? Wie süß. Er lässt sich nicht streichen, so jetzt. Alles wird gut. Ein süßes Pferdchen. Gechillt. Hat auch so coole Haare, schau mal. Coolere Haare als ich. Der hat echt einen besseren Haarschnitt als ich. Bei welchem Friseur schneidest du? Sag mal, damit ich auch hingehen kann. Wir möchten ihn natürlich nicht stören. Genieß die Zeit hier auf den Bergen. Ach ja, habe ich erwähnt, dass mein Cousin Arzt ist? He is a doctor. If you need any help, you can ask him. Dr. Sivar. The best doctor in Kurdistan. So, jetzt sind wir auch zurück von unserem kleinen Spaziergang. Und man sieht auch schon die Sonne untergehen. Die Luft ist kühler. Man hört die Grillen. Und wir werden gleich grillen. Weißt du, was ich meine? Ein Wortspiel auf Gechillt. Und eins könnt ihr mir glauben. Solche Momente mit der Familie sind für mich schöner als dieser ganze Luxus in anderen Ländern. Macht euer Geld. Habt euren Spaß. Aber vergisst nicht, Zeit mit eurer Familie zu verbringen. Mit eurer Familie und euren Verwandten. Es ist ein brandneuer Tag und wir befinden uns im Bazaar in Mitte von Sdemani. Wir zeigen euch heute ein bisschen, ich weiß wo ich hinschauen soll, Bruder. Soll ich auf den Mikrofon reinschauen oder in die Kamera reinschauen, Bruder? Er wird unser heutiger Tourguide sein. Er zusammen mit seinem Onkel. Hello. This is our Tourguide for this video. He will show us the best places here in this Bazaar. Gechillt. Und der Onkel, hier hat auf jeden Fall einen Blumenladen hier im Bazaar. Für jede Anlässe gibt es Blumen. Für Zuhause, für Hochzeiten. Also kommt auf jeden Fall zum Doomladen. Ich wurde für die Werbung gezwungen. Ja, ich würde sagen, wenn wir schon im Bazaar sind, probieren wir mal ein paar Süßigkeiten hier. Auf jeden Fall, Alter. Die Leute aus Europa kommen extra hierher, weil es hier die besten Süßigkeiten hier in Sdemani gibt. Wir sind bei Taufik Halwachi. Gibt alles, was das Herz begehrt. Dieses braune jetzt da, guck mal, film das mal bitte. Das ist Traubenzucker mit Walnuss drin. Also es gibt ganz viele Variationen. Es gibt es auch mit Karottensirup. Mit Pfirsich gibt es auch. Pfirsich gibt es auch. Das hier ist auch eine sehr bekannte Süßspeise bei uns. Das heißt Gazo. Also Gazo. Das ist so wie Jesus sein Spitzname. Wir essen jetzt Jesus. Das ist der feinste Stoff. Das ist echt geil, ehrlich. Dann probieren wir mal dieses Sucuk. Sucuk ist bei uns in Deutschland Knoblauchwurst, also bei den Türken. Aber bei uns Gurten ist das so eine Süßspeise. Das probieren wir auch. Das ist echt krass. Das schmeckt wie Haribo mit Walnuss. Kommt zu Taufik Halwachi. Sehr, sehr krass hier, ehrlich. Wir müssen wissen, wir haben gerade über 40 Grad. Das ist für uns nicht üblich. Wir kommen von Deutschland. Da haben wir meistens kaltes Wetter. Aber gerade bin ich am schmelzen. Wir haben über 40 Grad. Die Männer sind mit Hemd, Hose, Lackschuhe. Weißt du, was ich meine? Das, meine Damen und Herren, war das erste Kino hier in dieser Stadt. Das gab es in den 80ern. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Aus diesem Kino wurde ein Klamottengeschäft. Weißt du, was sie da geschaut haben? Charles Chaplin Filme. Ja, so Charlie Chaplin und so. Genau, so ich bin. Und FSK 18 Filme. Steifen von dem Kino. Wir befinden uns gerade im Herzen von Slemani. Hier ist eine Kreuzung. Eine sehr bekannte. Jeder kennt die hier. Wenn man hier Auto fahren möchte, braucht man ganz viel Cojones. Da braucht man ganz viel Eier. Weil die Leute fahren hier wie die wollen. Hier gibt es kein Rechts von links. Der, der mehr Eier hat, der, der sich mehr traut, der hat Vorfahrt. Das ist die oberste Verkehrsregel. Wer die meisten Eier hat, hat Vorfahrt. Und hier ist es gang und gäbe einfach rumzulaufen bei Kreuzungen. Das ist ganz normal. Das hier ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Bra, wie viel kostet das hier die Nacht? 20 Millet. Das, meine Damen und Herren, ist eine kurdische Bäckerei. Hier gehen die Kurden immer Brötchen holen. Hier gibt es Honig, Nüsse, Walnüsse, Pistazien. Pistazien, alles, was das kurdische Pistazienherz begehrt. Also ich bin jetzt kein Fan von Honig, aber die Leute, die Honig feiern, die können gerne hierher kommen. Da gibt es viele Imker und die liefern dann alles frisch hierher. Und die Bienen sind trainiert. Die machen jeden Tag 100 Liegestütze, damit die diesen Honig produzieren. Genau, so sieht das aus, oder? Das hier ist dieses Jizzes, was wir vorhin gegessen haben. Dieses Jizzes, jetzt probieren wir mal aus, ob das genauso schmeckt wie drüben. Aber hier ist es natürlich verpackt. Drüben war es nicht verpackt. Gute 9 von 10. Drüben war 10 von 10, hier ist eine gute 9. Schaut euch das an. Also wenn ihr stabile Pistazien haben wollt, dann kommt hier vorbei. Weißt du, was ich meine? Steifen von dem Kino. Wisst ihr, was das Geile hier ist? Geht mal einfach von Stand zu Stand und probiert Dinge. Wenn es einem gefällt, dann kauft man es. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kauft man halt nicht. Also hier ist der Bazar sozusagen kategorisiert. Gerade waren wir bei der Honig- und Nussabteilung. Jetzt sind wir bei der Fleischabteilung. Hier gibt es das frischeste Fleisch auf der gesamten Welt. Schaut euch mal diese Lammköpfe an. Wenn ich euch den Geruch beschreiben müsste, dann würde ich sagen, der Tod. Das riecht gerade richtig eklig. Aber egal. Am Ende des Tages zählt nur der Geschmack. Hier kann man Hühner kaufen. Die sind noch lebendig, aber die werden dann vor deinen Augen geschlachtet. Und am Abend dann gegessen und gekocht. Hier gibt es sogar Truthähne. Schaut mal, wie riesig der ist. Das nennt man hier unter der Brücke. Auf kurzem sagt man Jelperdecker. Damals war das hier mäßig der Schwarzmarkt. Damals konnte man hier auch auf der Straße Waffen kaufen, Munition, Granaten. Jetzt kann man hier Haustiere kaufen, wie zu Hause. Man kann sich Kaninchen kaufen, man kann sich bunte Vögel kaufen, Küken. Also man kann hier alle Arten von Haustiere kaufen. Katzen, Hunde. Man kann sogar Schlangen kaufen. Das ist eine ganz besondere Art von Schlangen. Hier isst andere Schlangen auf. Ich weiß jetzt nicht, ob die Schlange giftig ist. Frag mal nach. Die ist giftig. Ja, aber Hina. Sie ist sehr giftig. Das sind jetzt wilde Hasen und dieser schwarze Hahn, das nennt man Kalascheri al-Mani. Das heißt, ein deutscher Hahn. Und diese Tauben haben wir auch in Deutschland. Die gibt es eine Milliarde Mal in Deutschland. Wir kriegen diese Tauben kostenlos. Wir müssen dafür nicht zahlen. Die Steifen von dem Kino. Ich frag mich, ob diese Katzen noch am Leben sind. Das wäre sehr traurig, wenn nicht. Ach, du heilige Makrele. Einfach ein Affe. Das ist normal hier in Slemani. Das sind dann Haustiere hier. Ich glaub, diese Affen werden dafür gezüchtet, zu klauen. Die werden dafür ausgebildet. Ja, das sind Agenten vom Staat. Die Steifen von dem Kino. Wir sind hier in der Schuhabteilung. Hier gibt es Lackschuhe, Sportschuhe, Original, gefälscht, alles mögliche gibt es hier. Die sind sogar recht modern. Hier gibt es so viele stylische Sachen. Hier gibt es sogar North Face, Kooperation mit Kurdistan. Er hat auf seine Mutter geschworen, dass das T-Shirt Original ist. Hier gibt es sogar die Travis Scott Cactus Air Force Ones. Bra, was sieht geil aus? Du siehst geil aus, Bruder. Dankeschön, Bra. Aber ich meine jetzt von den Schuhen. Die hier sind 100% Original. Nike selber tut den eh mal liefern. Weißt du, was ich meine? Nimmst du auf, Bra? Er lässt auf jeden Fall nicht mit sich handeln. Das funktioniert hier nicht. Also egal, wie gut ihr handeln könnt, hier habt ihr keine Chance. Aber trotzdem günstig für 40 Euro. Warum helft ihr mir nicht ein bisschen beim Handeln? Wir schmeißen dich ins kalte Wasser. Jeder musste da durch. Steifen von dem Kino. Wie sitzen die, Bruder? Was sagst du, Aros? Eigentlich, ja. Sehr ehrlich. Man sieht schon ein bisschen, dass die gefakt sind. Zahlt echt für einen günstigen Preis jetzt. Für 40 Euro. Ja, ich konnte auf jeden Fall so 2,50 Euro runterhandeln. Zeig mal dein Siegerlächeln. Du hast 2,50 Euro gespart. Steifen von dem Kino. Merkt man eigentlich, dass er mein Cousin ist? Wir sind Cousins, aber durch 25 oder 30 Ecken. Wir sind jetzt nicht Cousin Ersten Grades, aber hier im Großteil sagt man zu jedem Cousin. Weißt du, wie ich mich fühle? Ja. Aber, Aros ist mein Bruder. Er ist nicht mein Cousin, er ist mein Bruder. Am Ende des Tages sind wir Brüder. Weißt du, wie ich mich gerade? Ich kenne ihn schon, seitdem wir klein sind. Von 1. Klasse bis 10. Klasse waren wir zusammen. Damals, wo du dein YouTube angefangen hast, weiß ich auch noch. Steifen von dem Kino. Hier vor der großen Moschee kann man sehr viele Sachen kaufen. Hier gibt es Stände. Stände für Tesbier zum Beispiel. Oder Uhren. Dann gibt es Taschenmesser. Also es gibt hier so die nützlichen Dinge. Hier gibt es die originalen Rolex-Uhren vor der großen Moschee. Also ihr müsst wissen, hier ist der Hauptsitz von Rolex. Weißt du, was ich meine? Steifen von dem Kino. Wir befinden uns gerade vor dem Eingang der großen Moschee. Wie fühlst du dich? Sehr vollkommen. Ja, erzähl mal, was du gestern Abend so gemacht hast. Wir sind spazieren gegangen. Ja, ja. Und haben Fleisch gegessen. Mehr nicht. Geht's gut, brav. Fleisch gegessen. Nein, aber es hat ja einen sehr schönen Vibe. Sehr, sehr schön hier. Die große Moschee, meine Damen und Herren. Schau mal, brav. Hier kann man sogar die neuesten Kameratechnologien kaufen. Schau dir das mal an. Das ist die Canon 1 Million. Das sind 2 Millionen Megapixel. Steifen von dem Kino. Hier, meine Damen und Herren, ist die Abteilung für Schallplatten. Hier gibt es kurdische Schallplatten. Schau dir das mal an. Es gibt hier sogar hier den hier, den feiert Canse. Ich kenne ihn nicht. Kein blassen Staviva. Das hier ist eine kurdische Schallplatte, meine Damen und Herren. Krass. Steifen von dem Kino. Wir machen jetzt eine kleine Snackpause. Hier werden die Sandwiches gemacht. Die besten Sandwiches in der Stadt. Und hier wird das Brot frisch gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist ja Roshberghal. Schaut euch das mal an. Das ist das frischeste Brot, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Extrem frisch gemacht. Also das ist zwar keine Foodtour, aber komm, wir machen trotzdem einen Test. Machen einen kleinen Test. Oh, ich habe eine scharfe Soße reingemacht. Ich schweb mal. Das ist sehr, sehr lecker. Ich schenke mir gleich noch eins. Das hier ist die magische Geheimformel. Bra, diese Schafe musst du hier reinmachen, dann so einmal abbeißen. Extrem lecker. Zehn von zehn, meine Damen. Echt? Boah, ist das scharf. Ich sage euch ehrlich, ich fühle mich hier wie zu Hause. Oh, wie scharf. Ich wollte gerade bezahlen, die haben mein Geld nicht angenommen, weil der Onkel die Leute hier kennt. Also ich sage euch ehrlich, dieser Ort ist ein schöner Urlaubshof. Kommt alle vorbei und macht euch einen eigenen Eindruck. Weißt du, was ich mache? Was ist das? Das ist Roshberghal. Hier, Bram. Immer genug Schaf essen. Kommt zu Rawand. Rawand. Die haben sogar eigene Getränkemaschinen. So fortgeschritten sind die hier. Die werden von Pepsi gesponsert. Gibt sie auch. Steifen von dem Kino. Kommt nach Kurdistan, fragt auf den Straßen nach Laso und dann werdet ihr angespuckt. Steifen von dem Kino. Er hat auf seine Mutter geschworen, dass das T-Shirt original ist.